Yo, was geht ab Leute? Euer Frapsis hier. Heute mit einem neuen Video. Es geht um viele interessante Sachen. Beziehungsweise ich habe zwei Themen für euch. Einmal ein Exklusiv-Skin und einmal die Playstation 4 Server. Was mit denen ist und warum wir kein Update erhalten haben. Weil, Freunde, ich bin euch ehrlich, gestern hatte ich unnormal viel zu tun. Bin wirklich spät ins Bett gegangen. Bin dann spät aufgestanden. Normal dachte ich mir, okay, entspannt, jetzt komm, machen wir ein Video hier für die Leute. Aber nein, leider nicht. Die Playstation 4 hat zum aktuellen Zeitpunkt kein Update. Das bedeutet, wir spielen aktuell auf Patch 1.4.0. Woran ihr das auch unter anderem erkennen könnt ist, wenn ihr nämlich hier im Battle Pass Menü seid, dann hat sich der Tisch noch nicht geändert. Denn normalerweise sieht der Tisch jetzt ein bisschen anders aus. Da pulsiert so eine Welle und so weiter und so fort. Und ihr könnt so auf jeden Fall zu 100% erkennen, dass wir sozusagen nicht im neuen Patch spielen. Plus, wir bekommen eigentlich viele neue Styles und auch einen anderen Shop. Aber, wie gesagt, Freunde, das Ganze hat sich noch nicht aktualisiert. Leider, leider, leider. Aber gar kein Stress, wir kriegen das Ganze schon gleich irgendwie hin. Was mich aber mega freuen würde, ist, wenn ihr meinen Support-O-Creator-Code, ffpz-unsch-yt eintragen würdet. Für den Support, Freunde. Ihr wisst, ein bisschen Support schadet nie. Also, Kuss geht raus an jeden, der mich da unterstützen möchte. Außerdem, checkt gerne meinen Partner Pico Keys ab für den Bangra Boogie Emote. Da bekommt ihr nämlich auch 10 Euro Rabatt bis zum Ende der Woche. Und verpasst das einfach nicht von ihr. Ihr werdet es später bereuen. Den Code wird jetzt auch nicht mehr lange gegeben. Der ist absolut exklusiv. Den gibt es normalerweise nur mit einem Handy dazu. Und ja, checkt es einfach gerne aus. Weitere Informationen bei meinem Partner. Link unten in der Videobeschreibung. Danke schon mal im Voraus. Und vielen Dank für den Support. Nun gut, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema des Videos. Also, normalerweise, wisst ihr es ja, gibt es immer ein Update auf ganz entspannt. Und dann laden wir das runter, bis hin die Server sind down, bla bla bla. Heute gab es irgendeinen Fehler mit dem Upload der Upload... Äh, mit dem Upload der Upload... Ne, 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 Freunde, mir geht es gerade nicht gut. Mit dem Upload der Upload-Datei. Oder? Ne. Mit dem Upload der Update-Datei. Jetzt. Mit dem Upload der Update-Datei. Genau so. Alter, Freunde, mir ging es gerade nicht gut. Und Holy Macaroni, das war ein bisschen schwer jetzt. Alter, ich hatte einen miesen Zungenbrecher. Was auch immer. Und Epic selber hat dazu geschrieben, dass sie wissen, dass aktuell die PlayStation 4-Spiele das Update noch nicht haben. Die werden es zu einem späteren Zeitpunkt bekommen. Aber die haben die Möglichkeit, weiterhin Patch 1. Äh, äh, ne, 14.40 am Laufen zu halten. Das bedeutet, wir können trotzdem ganz normal weiterspielen, wie ihr sehen könnt, ohne Probleme. Und einen Vorteil hat das Ganze hier auch, ne. Und zwar spielt ihr zum aktuellen Zeitpunkt nur mit PlayStation 4-Spielern. Das bedeutet, weniger verschwitzte Lobbys und halt absolut kein Crossplay. Und auch die Leute, die normalerweise Crossplay anhaben, spielen jetzt auf der PlayStation 4, nur auf der PlayStation 4, oder nur auf den PlayStation 4-Servern. So, wisst ihr, wie ich meine? Nein, deswegen ist es gerade sehr gut, ein bisschen zu grinden. Also, falls ihr da Bock drauf habt, ähm, checkt das Ganze gerne aus. Gebt ihm böse, würde ich sagen. Ähm, das Update wird meiner Meinung nach, ich denke mal, vor dem Shop auf jeden Fall erscheinen. Da im Shop normalerweise heute ein neues Item reinkommen sollte. Falls das Ganze bis zum Shop nicht aktualisiert wird, Freunde, dann habe ich ein kleines Problem. Da muss ich mal gucken, wie ich das Ganze dann behebe. Weil ihr wisst, ich mache ja immer Shop-Reactions. Und dann könnte ich jetzt auf den neuen Shop nicht reagieren, weil wir haben noch einen alten Shop. Aber normalerweise sollte schon ein neuerer da sein. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Plattformen das auch haben. Aber normalerweise sollten die No-Skins da sein. Und es könnte halt gut sein, weil wir die noch nicht haben, dass die No-Skins auch auf den anderen Plattformen noch nicht verfügbar sind. Heute Abend sollte auch eigentlich Lachland-Skin reinkommen. Also deswegen, wie gesagt, vorne wird es sehr kritisch in dieser Situation. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir dort irgendwie eine Lösung erhalten. Aber jetzt kommen wir zu einem äußerst interessanten Thema. Und zwar geht es hierbei um den PlayStation 5-Skin. Ich blende euch jetzt hier gerne mal ein Bild ein. Und hier könnt ihr erkennen, Freunde, dass dieses Bild geleakt worden ist. Und zwar wurde das auf irgendeinem spanischen PlayStation-Account oder so geleakt. PlayStation-Twitter-Profil geleakt. Ich weiß auch nicht ganz genau, Freunde. Aber auf jeden Fall ist das Ganze offiziell und gar kein Fake. Es gibt noch ein weiteres Bild. Hier können wir das auch sehen. Hier steht Fortnite-Content-exklusiv, müsst ihr euch vorstellen. Und für die PlayStation 5. Und worum wir auch erkennen, dass es wirklich PlayStation 5 oder PlayStation-exklusiv ist. Am Rucksack auf der rechten Seite haben wir da halt diese PlayStation-Symbole. Und, Freunde, die gehört zu den Ghosts an. Also ihr seht, am Backpack oben ist so ein Ghost-Symbol. Deswegen bin ich mir da noch nicht zu 100% sicher, inwiefern das miteinander zusammenhängen wird. Und wie die Season natürlich weitergehen wird. Die Playstations sind bei uns natürlich erst ab dem 19. verfügbar. Beziehungsweise werden am 19. ausgeliefert. Es kann gut sein, dass sie manche früher bekommen. Aber das liegt daran, wie ihr glücklich seid. Also je nachdem, wie eure Post immer zugestellt wird. Aber was ich euch schon mal soweit sagen kann, ist, Freunde, dass die Amerikaner das Ganze natürlich ein bisschen früher erhalten werden, denke ich mal. Weil die das Ganze ja schon bereits haben. Aber das werden wir dann in dem Sinne noch genauer erklären oder herausfinden, ob die Leute das auf der PlayStation 4 auch haben werden. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil da steht halt normalerweise PlayStation 5 exklusiv. Deswegen denke ich mal, dass wenn ihr jetzt hier Fortnite eingibt, dass das Ganze hier irgendwie nicht erscheint. So wisst ihr, wie ich meine. Deswegen bin ich da gespannt, inwiefern Epic Games das Ganze umsetzen möchte. Oder ob es dann das als Paket gibt. Also sowas wie, was man im Laden kaufen kann oder zu der PlayStation 5 bekommt. Da könnte man dann noch dribbeln, dass man den Code dann auf der PlayStation 4 einlöst oder so. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall soweit dann nochmal schauen und rumstöbern, wie wir das Ganze am besten hinbekommen. Aber soweit finde ich dann eigentlich ganz nice den Skin. Eure Meinung dazu natürlich auch gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten, Freunde, soll es auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Wir haben über das Update geredet, warum es nicht da ist. Wir haben über den PlayStation 5 exklusiv-Skin geredet und noch ein paar Kleinigkeiten. Ich denke mal, das passt dann soweit. Und dann würde ich mich eigentlich hier an der Stelle verabschieden. Ich wünsche euch allen da draußen natürlich noch einen angenehmen Tag. Und würde sagen, Freunde, wir hören uns soweit im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao.